Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nämlich erneut von russischen Raketen und Drohnen attackiert worden. Nachdem bei einem solchen Raketenangriff zwei Erwachsene und ein Kind getötet worden sind, kritisiert Präsident Zelensky jetzt indirekt den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Offenbar hatten die Opfer versucht, während eines Angriffs Schutz in einem Bunker zu suchen. Der sei aber wohl verschlossen gewesen. Zelensky forderte die Kiewer Behörden nun auf, eine solche Situation nie wieder zuzulassen. Untertitelung des ZDF, 2020